Da wollte mich jemand ruinieren. Wieso denn? Ich habe gar nichts damit zu tun. Nein, natürlich nicht. Nein. Und die Schiffe sind ganz von alleine dahin gefahren. Ja, die haben wirklich nichts gemacht. Also ich habe... Nicht immer... Hier wird wohl noch ein Krieg losbrechen. Alter, du hast Kanonierer gebaut. Was soll denn der Mist? Was ist denn jetzt los? Ernsthaft? Blöd. Was soll das heißen? Was? Na, auf der Kakaochen? Ja, ich hatte nur aufgerüstet, falls du hier wieder angreifen willst. Überprüft eure Handelsrouten. Sicher, dass du den Krieg führen willst? Ja, will ich. Okay. Was? Nee, hör doch mal auf. Was machst denn du? Du wolltest den Krieg führen? Ich belasse es bei einem Schiff, wenn du wieder freundlich bist. Ja, dann hör doch auf. Okay. Ich habe angefangen. Was soll denn das? Ich habe nee, angefangen. Du hast mir einen Krieg erklärt. Wann denn? Gerade eben. Nee. Doch. Nee. Da stand Handelsvertrag wurde gekündigt und Krieg wurde erklärt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ich will aber. Nee. Wegen dir muss ich jetzt meine Schiffe reparieren. Wie? Toll, ich habe kein... Jetzt war ich noch ein neues Schiff. Neue Einheit. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Oh Gott. Hier ist was los. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das ist nur ein kleines, ne? Du dich bitte aufschlägst. Ja, ist ein Tabakschiff. Oh, es fällt... Was? Komm, fälzen jetzt hier auf der Hauptinzern. Na, na, na. Na, na. So, das hier, was ist das? Achso. Auf Schiff. Und das hier mit Holz. Wieder kein Holz mehr da. Ah, was mache ich denn? Nee, das wäre eigentlich was wir hier entfahren. Und das Tabakteil übernehmen. Neue Soldaten. Oh, habe ich da was von Übernehmen gehört? Ja, die Handelshude des freien Tabakschiffs, was du versenkt hast. Okay, das glaube ich dir mal. So, aber ich denke, wir haben hier Wichtigeres zu tun, als uns gegenseitig zerschlagen. Oh. 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 mehr reinwohner kriege ich hier ein lasst uns doch alle freunde sein was warum fehlt sie jetzt hier wieder an annahung ja bei mir keine tonne nahrung weiß aber gerade nicht woran das liegt wo ist die schöne nahrung ich brauche schiff du hast doch noch zwei schiff bei meiner nahrung das ist ja kaputt was ist kaputt hier nichts mit den rs zu geraden ich glaube da muss man auch noch ein paar fischerhütten noch in bade mit der fischerhütten wir auch selbst probieren naja wie viel jetzt zu bringen aber versuchen kann man naja besser als nichts auf jeden fall auch mal noch ein zwei hinstellen aber wo hier oben vielleicht noch eine einheit wurde ausgebildet das ist viel verdammt sie brauchen nahrung oder andersrum sie verbrauchen zu viel nahrung aber es wird doch ein tabak waren was jetzt fängt von einem fehlen na das fehlt weil du das schiff kaputt gemacht hast ach so na dann ich dachte schon ich war dran schuld euer voll kongert euer voll kongert schein ich kurve doch schon ein oder aber ich hatte ja nicht den krieg erklärt doch nein doch mit was denn mit den schiffen was du angegriffen hast ja aber du hast mir einen krieg erklärt hab ich doch überhaupt nicht ich stand aber da ja da hast du dich aber ganz schön getäuscht du willst du damit sagen ich bin ein Lügner ach ja krieg 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 da wäre er jetzt nicht gerüstet dafür müsste es mir auch ein bisschen Tabak verkaufen geht das? würdest du bitte erstmal mein Nahrungsschiff hier rauslassen? was habe ich denn jetzt mit deinem Nahrungsschiff zu tun? ja du stellst mir immer hier meine Nahrungsschiff voll ich stell dir überhaupt nichts davor mann aus dem steht das schon seit Jahren dort unten das große Schiff es kommt aber meine Schiff von mir einfach nicht durch deshalb fehlt es hier meine Nahrung auf der Hauptinsel ja ja kannst du mir aber wirklich mal ein bisschen Tabak verkaufen? Tabak kann ich verkaufen ja ja aber setz aber noch nicht rein weil ich bin noch nicht da na na was so jetzt ist endlich mal wieder ein Tabaksschiff da ja doch ein neues Schiff na wenn du die Tüchter hast das ist ein Loch an der Höhe scheiße komm schon Nahrung komm wir gut tun Bevölkerung so und rein damit ui direkt 10 Tonnen weg so kannst du jetzt mal Tabak und am besten noch Alkohol und Stoffe äh äh brauchst du zufällig Eisen? ne Eisen hab ich nur 23 Tonnen ne ne glaube ich auch nicht